Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Die Gäste sind an der Angelegenheit. Die Gäste ist in der Mitte. Die Gäste sind in der Mitte. Die Gäste ist in der Mitte. Den B.U.F.A.D. wird weiter geschützt. C4 bereit, ihn vor uns zu holen. Ein Operator des eigenen Fußbegleit. Bio-Gefahrgut Behälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu schalten. Unzugriff auf den Bio-Gefahrgut Behälter verhindern. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp.